Und ein herzliches Willkommen zurück zu Nier Automata Hillen mit von Nier Gameblazers Hobby, das bin natürlich ich. Und ja, wir müssen gerade eine Oliad-Klasse-Maschine kaputt machen. Ich sag jetzt mal, die erste Stufe haben wir geschafft, jetzt müssen wir zu unseren Flutgeräten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In der Zeit, wo wir gerade hier sind, heilen wir uns erstmal. Oh, kann ich nicht verwenden. Scheiße. Na gut. Weiter geht's. Welchen Teil soll ich mir nehmen? Ich mach grad nix. Achso. Das ist schön, wie da jemand neu ist. Das ist schon wieder los. Das ist schon wieder los. Oh, das ist aber gut. Das ist doch gut, wenn du nicht verwenden. ich weiß gar nicht wie ich da dann ausweichen soll ich kann auf dieser eine höhe bleiben soweit ich weiß direkt rein da haben wir glück gehabt Der Sohn der Spektur wird mit dem Anweten ge necessary verletzten! Der Sohn der Bekäufer der Bekäufer wird mit dem Anweten. Sie werden die Bekäufer wiederverwenden! Der Sohn der Bekäufer wird. Der Wind ist noch mehr als auf dem Kranischen und der Kranischen 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 die Kranischen Kranischen Was ist das? Was ist das? Das heißt, wir müssen jetzt noch gegen Aliens kämpfen? Nicht nur noch gegen Maschinen? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das heißt, wir müssen jetzt noch gegen Aliens kämpfen. So, was ist mit den Beinen da unten? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr so ganz, wo ich jetzt hin soll. Ich darf mal eine Kiste. Eine kleine Erholung erhalten. Da oben ist ein Robot da. Dem würde ich gerne mal Hallo sagen. Okay, das war nichts. So komme ich da auch nicht rüber. Hä? Dann muss ich es so gesehen noch höher und dann runterschweben, nehme ich mal an. Na komm, da kommst du doch drauf. Eine große Erweiterung erhalten. Komme ich da jetzt rüber? Ja. Tatsächlich. Das sieht nach Westen aus. Oh, da wird 20 verrückt. Na gut, den kriegen wir platt. Ja. 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 Da ist nicht übel. Überhaupt nicht übel. Ich bin ein Kriegermensch, Vater Servo. Und ich suche den Vater Erleuchtung durch Perfektion und Kampf. Vater Servo? Doch leider kann Vater Servo allein nur furchtbar wenig erreichen. Leidst du vielleicht so gut einen Gleichgesinnten aus seiner spirituellen Reise beizustehen? Ich bin mir nicht sicher, ob eine Maschine beim Kampfdringen unterstützen sollte. Maschine beim Kampfdringen unterstützen sollte. Was springt dabei heraus? Vater Servo wird dir all seine Geheimkampfkünste vermitteln. Ich weiß nicht, Tobi. Das ist ziemlich suspekt. Was meinst du? Der Himmelschreit heute auf Vater Servo herab. Nun, dann lass uns mit einer leichten Sparringrunde beginnen. Also noch einmal. Also noch einmal. Das ist einfach sie. Das ist einfach so gut so gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ja, zumindest war das eine nette Übung. Nett? Ja, du. Gut für dich. Als Bezahlung für die Selektion musst du selber einen gebogenen Draht bringen. Was? Hör mal, vorher hast du aber nichts davon gesagt, dass... Wir haben trainiert, oder? Du hast viele Dinge gelernt, oder? Dann kann ich wohl sicherlich eine Vergütung erwarten. Dieser Typ ist echt unverschämt. Einen gebogenen Draht müsstest du von den dinosaurierartigen Maschinen der Nähe besorgen können. Bring sie mir bitte vor unserer nächsten Einheit, wenn du so freundlich wärst. Hast du den Böding bei Gegenstand mitgebracht? Ah, ausgezeichnet. Jetzt können wir mit... Ja, jetzt können wir mit einer neuen Trainingseinheit beginnen. Fahne, sehr, und nimm deine Herausforderung an, wann immer du bereit bist. Gegen eine Gebühr, natürlich. Okay, hier oben kriegt man so ein paar Sachen von dem. Die Hauptaufgabe, da lang. Oh, da geht's back up. Oh, die sind böse. Die Hauptaufgabe, da geht's nicht. Da war diese Goliath-Maschine wohl doch ein bisschen schwer. Das haben die Aliens vor sich nicht irgendwie gut überlegt. So, hier müssen wir wohl lang. Hier gibt es auch ein bisschen was zum Einsammeln. Oh, da gibt es Halle. Ich glaube, ich muss da runter. Ah, da rein. So, bis in die EU-Bahn. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin ein bisschen auf der Erde. Das war ein bisschen viel. Okay. Wie soll man die denn platt machen? Wenn die sich so blöd bewegen, dann kann man ja gar nicht ordentlich zielen oder noch nicht mal angreifen. Das sind dann wohl solche Alien-Tech-Roboter. So, hatte das da jetzt eigentlich gespeichert? Das war's. Tja, soll ich denn da jetzt noch runter? Oh, ist ja gut. Ja, die 22, was soll das? Ich weiß eigentlich, ich weiß noch nicht mal, was ich für eine Stufe will. Ich glaub, ich bin tot. Scheiße! Haha! Nein! Dadurch ist jetzt mein anderer Körper weg, ne? Ah, shit! Wer hat Platz zum Bearbeiten aus? Was heißt denn Bearbeiten? Hä? Achso. Shit. Boah, ist das ärgerlich jetzt. Ich glaube, hier in die Mitte brauchen wir noch gar nichts zu gehen. Ja? Ja? Ja, da ist das noch die eine, leicht zu sehen. Scheiße... Ich bin der Vorstellung. Ich bin der Vorstellung. Ich bin der Welt. Ich bin der Vorstellung von uns, der Wettbewerb des Wettbewerb. Wir haben den Karten aufgeführt. Aber das ist das, was der tiefste Ort. Ich weiß, dass ich das nicht verstehe. Ich weiß, dass ich das nicht verstehe. Die 2B ist ein großer Ort. ich bin grad bei stufe 12 was machen denn solche gegner schon hier ich glaube meine ausrüstung ist nichts erfahrer 18 plugin chips toll speichern weit mal naja jetzt habe ich meinen anderen körper voll verloren mit dem ich da unten gestorben bin mit der hat natürlich viel wertvollere sachen okay ich glaube da müssen wir ehrlich gesagt noch ganz woanders erstmal hin die sind viel zu stark das heißt wir müssen erstmal irgendwelche irgendwie andere nebenaufgaben machen damit man erstmal irgendwie steigen können was leuchtet denn hier eigentlich rot ach so stimmt ich habe doch die spieluhr du bist da jetzt mal auf die andere seite und gekommen du wirst das mal ein bisschen lebensbilder ja das ist ja wohl sind viel zu stark na gut wenn wir natürlich ein bisschen kämpfen gegen erfahrungspunkte nicht so gut ich bin wir nicht damit ich bin der 5 damage, are we done? Yep. Na gut, okay. Wir sind schon bei unserer Zeit angekommen, das heißt, das war es jetzt wieder mit Nier Automata, zumindest für heute. Und, ähm, ja, echt blöd mit unseren ganzen Plugins und sowas. Wir sind ja einmal gestorben und dann direkt danach noch einmal wegen so scheiße Gegner, womit man echt nicht gerechnet hat. Vor allem, weil die auch so hoch sind, schon von der Stufe her. Ja, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich muss wirklich erst die kompletten Nebenaufgaben machen, damit ich wahrscheinlich immer so im gleichen Level irgendwie bleibe wie die Gegner dann. Keine Ahnung. Ja, das heißt, wir werden jetzt die nächsten Teile erstmal die Nebenaufgaben machen, bevor wir mit der Hauptaufgabe weitermachen. Schauen wir mal, ob uns das dann was bringt. Vielleicht können wir ja dann auch irgendwie mal Waffen irgendwie verbessern oder bessere Waffen kaufen, dann geht das Ganze vielleicht auch wieder besser. Okay, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und, äh, ich hoffe natürlich auch, dass euch das Gameplay hier gefällt. Und, ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder oder bei einem anderen Netzplayer auf jeden Fall. Ich bin von mir, Gameplay ist als Hobby und das waren Ihre Automate auf dem PC. Viel Spaß. Tschüss.